Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von deinem neuen Liedsland-Spiel-Projekt-Turnier von Minecraft Pixelmon. Ich habe mich jetzt spontan entschieden, mal Pixel mit Pixelmon anzufangen und wir starten auch direkt in die neue Welt rein. Ich versuche in diesem Projekt einiges zu schaffen, ein Mist-Team aufzubauen. Wir werden euch gleich einmal kurz mit ein paar Items entschieden. Das werden aber auch nur ein paar Poké-Bälle sein und zwei, drei Tränken. Das ist eigentlich alles, was wir gleich haben, weil wir wollen ja so schnell wie möglich eigentlich loslegen. So, ähm... Ich kann also überlegen, ob ich so ein 100-Days-Micro-Video mache. Aber das machen wir jetzt nicht. Mein Starter wird sein für dieses Let's Play. Du magst... äh... Kannst du haben? Ja, ich habe mich dazu bereits entschieden. Dann haben wir unseren Starter. Chim Trader the Trozen One. Wunderlich über den Skin. Ähm... Ähm... Und dann haben wir unsere Starter, die da drin sind. Sechs Poké-Bälle. Und dann haben wir drei Tränke. Und das ist alles, was wir uns hier holen. Wir sehen, es gibt tausende Items. Aber gut, wir legen ja los. Ich weiß nicht, wo wir überhaupt gespawnt sind. Äh... Ja... Dark-Froak-Forest. Ich hätte nicht so der größte Fanwort nicht gezeigt. Wir suchen uns erstmal einen Platz oder... Baum hier. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Und... Zack. So, das sieht's. Nehmen wir natürlich auch mit. Und dann haben wir noch eine Farm aufbauen. Weil... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Entschuldigung, ich habe später einfach mal auf... Ich bin schön. Wir werden also Essen später brauchen. Es werden hier keine Boxspawn oder solche Sachen. Aber... Essen wollen wir am Ende trotzdem. die Farm aufbauen. Das heißt... ivesse nächstes Space界 zu euch verraten. Die ersten 3 Eisen werden mächtig werde für ein Eimer drauf gehen. Die ersten 6 Eisen sind für zwei Eimerathlon. So... Ähm... So. Da ist hier ein Crafting Table. Wir blatten uns an Erfnung mit einer Spitzsack aus. So. Ja, wie wir das Ganze gestalten werden, weiß ich noch nicht, dass wir jeden Tag mindestens ein paar kommen. Das kommt mal hier unten weg. Das versuche ich das mit einem Tag pro Part, ein paar pro Tag. Kommt ganz drauf an, wie das am Ende läuft. Wir brauchen sozusagen eine Achsenspitzsack und eine Schaufel. Das heißt, das sind 7 Meisen plus nochmal 8 Eisen von den Ofen. Äh, 5 Eisen von Stein. Und natürlich das Wichtigste, den Ofen. So. So. Ich würde sagen, wir machen uns auch Geld weiter auf dem Weg. So. 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 In Level-Team-Plezzle, wir können mal versuchen, ob wir was besiegt kriegen, wenn das Ding nicht kaputt wurde. Ah, weißt du, du kommst noch weiter nach Pricoco, das ist auch gut. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Holz, ja. Ja, ich merke schon, wir wollen gar nicht versuchen, das Ding zu kämpfen. Reckoning, okay. Ja, ich merke schon, wir wollen gar nicht versuchen, das Ding zu kämpfen. Und dann haben wir unser erstes Pokémon gefangen, das ist sehr gut. Und ich glaube, ich habe da vorne gerade meine Einbildung. Gut, ich würde sagen, wir suchen dann weiter nach Eisen, nach Höhle oder so. Also hier haben wir hier einen perfekten Gegner für uns. Also, ich wollte die Lampen zum Turnieren besser. So, das kann natürlich jetzt erstmal etwas länger dauern, weil, wie anders bei meinen ROM-Hack-Spielen, kann wir hier nicht speeden. Ich bin natürlich sehr praktisch, ähm, kann man jetzt nicht ändern. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, was die Grasenzentor so bedeutet. ich glaube das werden wir noch früh genug herausfinden auch die attacke das ist eigentlich auch ganz praktisch sagen wir sagen wir haben hier noch mal ein bisschen holz sein ihr wisst heute hat mein minecraft eigentlich nicht wie genug und damit ist dann pokémon besiegt damit können wir wenigstens nicht mehr in kämpfe verwickelt werden, können aber auch nicht mehr trainieren das hat seine guten und seine schlechten sein, dass alle besiegt sind wir haben aber zumindest mal ein bisschen kohle, das ist gut nehmen wir da gleich welche mit so ja es geht alles gerade ein bisschen langsamer, ich will aber erstmal die Spitten so Holzschutzsacke verbrauchen bevor ich mit der Steinschutzsacke arbeite außer wir finden natürlich heißen, dann ist das natürlich was anderes dementsprechend gucken wir mal was wir hier finden unter der Erde das ist schon mal kein Eisen, das ist auch in Ordnung der erste Nachtbrecht ist auch mittlerweile schon angebrochen ähm, ja ich gehe mit unseren Bällen natürlich auch erstmal sparsam um weil ich klar, Voltilem habe ich jetzt gefangen, weil ich gerne Voltilem abhaben will Abfluss ist ein cooles Pokémon so grundsätzlich grundsätzlich werde ich mit unseren Bällen etwas sparsam umgehen und werde dann Pokémon fangen, die wir auch wohl die noch haben wollen im Moment erstmal sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt Elektro-Pokémon gleich mit den Wasserschlächer auch so gesehen ähm aber wir haben ja nichts mehr um die Feuerschlächer die Elektro-Pokémon die Elektro-Pokémon die Elektro-Pokémon also den Boden auszugleichen zur Zeit ähm ja, da wo ich noch später ein Wasserpokémon für und ich Das ist die Schwäche von Feuer, das heißt, wir sind da ganz gut aufgestellt. So, 48 Kohle, das ist eigentlich ganz gut, hier ist ein Kleinstein, das lasse ich mal hier links liegen, hier sind Raid dann, ich kann sagen, es ist die Zeit inaktiv, da oben scheint eine Höhle zu sein, ich würde sagen, den gehen wir mal hoch, da oben fliegen Panzer und dann gehen wir mal hoch, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Und dann ist das so, ich würde sagen, das ist die Stelle, das stimmt. so und zack zack haben wir hier noch ein Ultra-Beileitung ein Dark Gem da haben wir gerade nicht schön mit anfangen noch keine Unlicht-Attacke haben aber das merken wir uns mal aber würde ich sagen wenn wir jetzt hier keine Hülle finden kann man sagen wir müssen die Erde ich nehme auch glaube ich mal ein bisschen Dirt mit das wäre dann auch sobald wir müssen was an Eisen haben oder so auch eine Farmer machen können und halbast erklärt er und ja auch auch ja auch Okay, 9 von 5 von Diado, das ist eigentlich erstmal genug. Ich würde sagen, wir grauen uns jetzt hier ein bisschen unter Diado. Ich würde sagen, wir benutzen mal ein paar Fackel wieder. Und da haben wir auch unser erstes Eisen gefunden, das ist sehr gut. Ja, 8 Eisen haben wir schon mal, das ist besser als ich dachte. Das ist eine gute Ausgabe von der ersten Eisenhader, so. So, und wir haben uns hier in die Höhle reingekommen. Das ist auch gut. Ich kann hier ein bisschen uns ein paar Sachen formen. Noch mehr Eisen. Und? Oh, Amethyste. Okay. Das ist auch gut. Aber vor allem die Rubinen Saphire werden wir wahrscheinlich für Werkzeuge nutzen später. Ähm. Ich kann schon von Eisenberg zeigen. Eine ist zwar gut, aber Eisenberg waren da wörtlich. Eisenberg ist später für, ja. Um, hier, wir sind. Ja. 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 Ach. Ja, das ist überhaupt nicht so. Ich kann hier wieder auf, ja. Ja. Wir haben das schon wieder auf, ja. und wenn wir später von buchweide brauchen also findet man leider auch nicht unendlich so kommen wir noch mal ein bisschen kohle mit auch kohle können wir echt mal gebrauchen wenn ihr jetzt gerade mal nicht so viel seht wahrscheinlich zumindest genug seht um ja keine ahnung irgendwas zu erkennen ich würde aber auch sagen das war's für den ersten part schon wir haben jetzt ein 22 mit dem netz dabei an diesem part dann mal durchgucken ob alles läuft und dann würde ich den part auch direkt hochladen heißt der part ist gerade aufgenommen wenn ihr den seht schreibt mir also gerne in die kommentare was ihr davon habt was ihr gerne in meinem team haben wollt ich gucke dass ich es einfügen kann das müssen alle möglichen proben drin sein inklusive historieform also wieder schaut rein haut rein haut rein und bis zum nächsten mal feierfalko ab 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 auchmud auch ab machen ab ab Untertitelung des ZDF, 2020